Hallo da draußen und herzlich willkommen. Ich wurde unter einem meiner Luminar Videos, also Luminar 2018, die ich schon rausgebracht habe, wurde ich gefragt, wie sieht es denn aus mit der RAW Entwicklung? Ist die genauso gut wie in Lightroom? Nun, ich bin jetzt keiner, der die Zeit hat, das alles ganz exakt auszutüfteln oder eventuell auch noch in irgendeiner Form auszumessen, aber ich versuche mein Bestes. Und ich habe erst mal in meinem Datenbestand etwas gesucht, wo ich das überhaupt einigermaßen vergleichen kann. Und ihr seht das anhand dieses Bildes. Das ist eine RAW Aufnahme. Ich habe sie komplett zurückgesetzt. Es ist also nichts eingestellt, alles wie Aufnahme in Lightroom. Und ich habe diese Aufnahme bearbeitet. Da habe ich eine Kopie angelegt, damit ihr das gleich seht. Und ja, es war zwar schon recht dunkel, aber um praktisch das perfekt zu machen, musste ich ja hier einiges drehen. Und das seht ihr hier drüben auch an den Einstellungen. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Keine Gamma-Kurve, keine Schärfung, keine Rauschreduzierung. Ich habe zwar nur mit 500 ISO gearbeitet, aber durch diese rabiate Entwicklung hat das Bild ein Rauschen bekommen. Und das zeige ich euch mal, damit ihr das seht in 100 Prozent. Ja, also so ist das Bild erst mal eigentlich ziemlich schlimm. Aber es ist eben auch wirklich radikal entwickelt. Und man kann das aber retten. Also Rauschreduzierung. Das mache ich hier jetzt aber nicht. Was ich jetzt aber mache, ist, ich wechsle, natürlich nicht hier, ich wechsle zu Luminar. Dort habe ich dasselbe Bild geladen als DNG. Und ich hole mir jetzt die RAW-Entwicklung hier mit rein. Und jetzt habe ich das im Grunde, was wir hier von Lightroom her kennen. Und jetzt versuche ich einfach mal, dasselbe zu machen, damit ich auf gut Deutsch dasselbe Bild bekomme, wie eben in Lightroom. Ich habe die Belichtung höher gedreht. Hier gibt es eine Angabe, die ich nicht einschätzen kann. Dieses 200. Ich mache das ein bisschen heller. Ich nehme wieder ein bisschen die Tiefen zurück. Ich glaube auch, die Entwicklung ist nicht so stark. Das ist, wie gesagt, das ist einfach jetzt mal der Versuch. Das Bild. Ich wechsle mal kurz zu Lightroom. Entschuldigung. Ja, also was man definitiv sieht, die Lichter sind etwas übertrieben. Mal gucken, ob ich das abändern kann. Die Tiefen. Einfach nur, um es mal zu vergleichen. Ja, allzu großer Unterschied ist glaube ich nicht. Ich bin halt auch noch nicht die Regler hier gewöhnt. Die Belichtung wird bei Lightroom in Blendenwerten eigentlich angegeben. Und jetzt, jetzt gehe ich mal hier auf die 100% Ansicht. Jetzt muss hier Luminar rechnen. Ich kürze das Ganze auch nicht. Und wir wechseln jetzt mal zu Lightroom. Auch in die 100% Ansicht. Ich mache das mal hier drüben weg. Na, klappt weg. Will er nicht. Ach, ich bin ja blöd. So rum geht das. Ja, also. Das ist Lightroom. Das ist Luminar. Es sieht... Es muss wieder berechnet werden. Also in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie ihr das erkennen könnt. Aber gerade hier, wo ich die über... Um dieses Feuerwerk sieht das Rauschen anders aus wie der Rest. Das sieht auch etwas gröber aus. Ich kann nicht wirklich beurteilen, ob ich jetzt ähnlich bin. Ähm... Wie sieht das hier in den Tiefen aus? Ist vielleicht jetzt hier bei Lightroom ein bisschen besser. Da muss man vielleicht mal hier noch ein bisschen nachhelfen wieder. Es sieht anders aus. Wir gehen mal hier in die Stadt. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Nicht das Feuerwerk zu nehmen. Es muss wieder berechnet werden. Es gibt praktisch keine 1 zu 1 Vorschau. Das sieht hier soweit eigentlich brauchbar aus. Jetzt gucken wir uns das Ganze hier in Lightroom an. Hier muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Rohrentwicklung ein bisschen besser ist. Ihr seht auch hier diese Schrift Fabrikverkauf. Gucken wir mal hier. Ist nicht so klar. Also es sieht insgesamt nicht ganz so optimal aus. Aber, wie gesagt, es ist eine Beta-Version und ich glaube, dass da auch noch viel dran gemacht wird. Ich habe aber definitiv die Glanzlichter auf minus 100 gedreht. Die Schatten auf plus 100. Und dann eben versucht, das Bild einigermaßen anzugleichen. Das alles sind natürlich Extreme. Und die führen eben auch zu diesem Rauschen. Wir haben ja ISO 500. Ansonsten ist das Bild nicht. Es ist auf jeden Fall scharf gewesen. Und ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Objektiv ich das gemacht habe. Hier kommt in meinen Augen die Farbe ein bisschen kräftiger. Aber das sind wieder Dinge, die man natürlich dann auch noch weiter in der weiteren Bildentwicklung wirklich rausholen kann. Für Leute, die sagen, hey, das Lightroom, das sieht jetzt knackiger aus, das ist noch nicht entscheidend. Das kann man später wiederholen. Ich zeige euch das mal spaßeshalber, indem ich einen Filter mal dazu gebe. Nehmen wir mal alleine diesen Filter hier. Wollen wir mal gucken. Ja, wenn ich hier schon ein bisschen ziehe, dann habe ich hier auch mehr Farben. Aber das, wie gesagt, der macht noch ganz andere Dinge. Deswegen lasse ich ihn wieder weg. Vergleich also nochmal. Lightroom sieht knackiger aus. Vom Rauschen her insgesamt sehr ähnlich. Also dieses Rauschen, das kommt halt daher, dass ich die Tiefen so hochgezogen habe und auch die Entwicklung. Ja, ich würde sagen, da müssen sie noch ein bisschen was tun, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das, wie gesagt, ist ja eine Extremaufnahme. Wenn ich jetzt hier eben nicht diese krassen Einstellungen mache und auch die Belichtungszeit hier etwas reduziere, dann kann ich wieder die Lichter mehr geben. Dann seht ihr auch, dass das Ganze hier etwas harmonischer wird. Nicht mehr dieses krasse Rauschen. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt Unterschiede und natürlich die RAW-Entwicklung, das ist ja auch etwas, wo viele Möglichkeiten bestehen. Der eine sagt, Phase 1 ist besser. Der nächste sagt, Lightroom ist gut genug. Es gibt noch andere RAW-Konverter und das sind dann vielleicht auch manchmal Feinheiten. Ich weiß ja, dass es für viele von euch da draußen darum geht, dieses Abo-Modell loszuwerden, was eben Adobe anbietet und hier eine Software zu haben, die eben das alles bietet. Und in dem Fall habt ihr natürlich auch noch den Vorteil, dass hier unglaublich viele Filter gleich mit dabei sind. Und wenn man jetzt mal allein dieses Bild anguckt, ohne dass ich es jetzt richtig entwickelt habe und ich nehme mal eine dieser Voreinstellungen und entwickle dann auch noch ein bisschen dazu, dann merkt man schon, da ist noch einiges drin. Ja, hier ist es überhaupt keine RAW-Entwicklung dabei, stelle ich gerade fest. Also das muss man sich dann zusammenstellen und ich glaube, die sind auf einem richtigen Weg. Ob es Lightroom für die Leute, die es ganz extrem mögen, wirklich ersetzen wird, werden wir die nächsten Updates abwarten müssen. Und natürlich muss man das Ganze auch erlernen. Also ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, für mich ist Lightroom mein RAW-Converter und das hat eben seine Gründe darin, dass ich eben für andere Software, die mit Lightroom zusammenarbeitet, in dem Fall LR Timelapse, einfach zwingend Lightroom benötige. Und dass ich hier auf gut Deutsch die Filterfunktionen mag, weil das hier noch, finde ich, ein bisschen interessanter ist als die Nick-Filter. Und da müssen wir ja auch sehen, wie es da weitergeht. Die sind zwar gekauft worden, nur mal so nebenbei, aber mal sehen, was da kommt. Und ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Es ist ein erster Versuch für mich jetzt gewesen. Ich habe das auch wirklich absolut ungeprobt gemacht und das war mir auch wichtig. Das sollte auch euch wichtig sein. Ich kann es immer so hindrehen, dass jemand sagt, das ist ja genauso, aber das war jetzt wirklich echt. Und ich möchte euch auch zeigen, für jemand, der das erste Mal damit arbeitet, der wird vielleicht seinen Workflow, den er in Lightroom gewohnt ist, ja, der muss den über Bord werfen und muss eben auch mal wieder bereit sein, bei Null anzufangen. Und hier wird es für viele, die gerade eben gar nicht so experimentierfreudig sind, ja, hier wird es die größten Probleme geben. Ja, das war's. Ich gehe nochmal zurück auf Lightroom, auf dieses Bild hier. Ja, in dieser Vergrößerung passt das soweit. Natürlich würde ich jetzt hier noch einen Verlauf machen und dasselbe, ups, bin wieder zu weit, kann man auch bei Luminar machen. Hier gibt es auch Verläufe. Ist aber anders wie Lightroom. Also es gibt viel Neues zu entdecken und ja, viele, viele, viele Teile des Workflows muss man sich eben, ja, neu aneignen, um eben praktisch das, das neu oder das wieder so zu haben, was man früher hatte. Ich danke euch fürs Zusehen. Wäre cool, wenn ihr das Video natürlich auch teilt, liked und gerne natürlich Kommentare. Ich probiere gerne etwas aus für euch. Ich hoffe, dass ich auch nochmal eine neue Beta bekomme, damit ich auch merke, jetzt hat sich was verändert. Ansonsten am 16. ist es, glaube ich, soweit. Also nicht mehr lange. Dann kommt sowieso die Version raus und dann müsst ihr eben auch selber spielen. Es gibt eine Demo. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend noch. Danke fürs Zusehen und tschüss, euer Sven.